Kennen sie das auch? Sie fahren mit ihrem Auto durch die Straße und dann zack Steinschlag. Bereits bei winzigen Erschütterungen kann es dann zum Riss kommen. Car-Glas Repari... Das ist mein Rückenschmerz-Gesicht! Das ist mein Rückenschmerz-Gesicht! Gibt's da nicht was von Ratio-Farm? Ha, für dich? Nein. Musst du schon gehen, Mark? Jo. Seit wann dürfen deine Kinder schon Lollis? Äh, äh, was? Was, was, was... was meinst? Was machen denn meine Kinder mit... fuck man! LOLIS! Auch in der Werbung sollte man Werben benutzen. Und die ist natürlich auch richtig! Seit wann dürfen deine Kinder schon Lollis? kacken! Dann ja 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 ja! Seit wann dürfen deine Kinder schon Lollis? Riechen! Oh, ein Lolli! Und selbst die lieben Kinderlein sollten Werben benutzen. Papi, kann ich nen Lolli? Was, oh mein Gott! Viel Spaß und bis zum nächsten Mal! Jeff, ich heiße... Verf**k nochmal Jeff!